Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1074. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich hatte heute wieder ein Problem zu lösen, welches euch vielleicht auch nicht ganz unbekannt ist, nämlich wie man einer Person, die man nicht so hundertprozentig gut kennt, ja, sagen wir mal, es könnte die Schwiegermutter in Spee sein, wie man der eine Freude zu ihrem Geburtstag bereiten könnte, wenn sie doch eigentlich schon alles hat und eigentlich gar nichts möchte. Dann hat man natürlich zu Weihnachten noch eine etwas größere Auswahl, weil dann kann man zumindest zu Douglas gehen und kann sie sagen, okay, was finden denn Damen immer nett? Und dann sagt man sich, okay, Blumen, das sowieso, aber vielleicht auch noch ein bisschen Badezusatz oder ein bisschen Seife. Da muss man schon wieder ganz behutsam rangehen an das Thema, sonst heißt es möglicherweise, oder es ist so eine Art Unterstellung, dass sich diejenige nicht richtig wäscht, also gar nicht so einfach. Ja, und dann eine schöne Handcreme vielleicht noch. Das alles gab es dann auch zu Weihnachten. Und nun ist der Geburtstag dran und wieder das gleiche Problem zu lösen. Jetzt kann man aber nicht schon wieder mit der gleichen Kategorie Geschenke aufwarten. Und dann steht man da in Amsterdams größtem Kaufhaus und läuft so durch die Abteilungen immer auf der Suche nach einer Inspiration, nachdem man schon alle möglichen Leute gefragt hat, was man schenken könnte. Und ja, was macht man? Im Einrichtungsgeschäft möchte man nichts einkaufen, weil sonst wäre es eine Beleidigung, heißt es vielleicht, sie hat keinen Geschmack, wenn man da jetzt irgendwas kauft. Das passt dann nicht so hundertprozentig. Oder wenn überhaupt ein Einrichtungsgegenstand geschenkt wird, das ist ja immer ganz, ganz schwierig. Was also tun? Und ich kann es euch sagen, ich habe dann, nachdem ich da eine Stunde ziellos durchgelaufen bin, einfach gesagt, so Reiko, jetzt kaufst du etwas, was dir selber fehlt, was du schon immer mal haben wolltest. Und möglicherweise, wenn du das dann so als Story dazu erzählst, dann findet sie das auch ganz nett. Also ist es dann ein wunderschöner Kerzenständer geworden. Wirklich schön. Hätte ich auch gerne selber, muss ich wirklich gar nicht glaubhaft und ehrlich sagen, vielleicht ist das einfach der Schlüssel, wenn es euch auch mal so geht und ihr auf der Suche nach so einem Geschenk seid, kauft einfach etwas, was ihr selber gerne schon immer mal haben wolltet. Und gerade wenn es die Schwiegermutter ist, hat man ja die Chance, dass man es dann auch irgendwann mal bekommt. Das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge. Und ja, in diesem Kaufhaus, da gibt es eine ganze Menge schöner Sachen, allerdings keine tollen Lebensmittel. Zumindest habe ich die Abteilung da nicht gesehen. Passend zu dem Thema habe ich gerade was in der Spiegel Online gelesen. Die Frösche auf der Welt werden knapp. Die Menschheit isst zu viele Frösche. Jetzt muss ich euch mal fragen, habt ihr schon mal Frosch gegessen oder Froschschenkel? Ich bisher noch nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass an so einem Froschschenkel viel dran ist, weil der Frosch selber ist ja so klein. Ist das wirklich so etwas Leckeres, was man mal probieren sollte? Oder sagen die Nachzug-nach-Hamburg-Hörerinnen oder Nachzug-nach-Hamburg-Hörer, die es schon mal gegessen haben, eigentlich war es nichts Besonderes und man sollte es nicht auch noch probieren, wenn die Frösche ohnehin schon knapp werden. Weil es geht auch eine, nicht mysteriöse, sondern eine Krankheit um unter diesen Tieren. Denn eine Pilzart, die eh schon die Bestände dezimiert und durch die übertriebene Jagd nach Fröschen ist es weltweit echt zu einem Problem angewachsen, alles nachzulesen unter Spiegel Online, dass die Frösche langsam knapp werden. Deswegen, ich möchte natürlich, bevor der letzte Frosch gefangen und gegessen wurde oder ausgestorben ist, einfach mal wissen, wie schmecken Froschschenkel? Würde mich freuen, wenn es einer von euch weiß, dann einfach eine kurze E-Mail oder einen Kommentar auf der Homepage. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.